Hallo zusammen, ich bin Sandro Wieser. Ich komme aus Hoffenheim und bin für ein Jahr nach Aarau ausgeliehen. Ich bin Mittelfeldspieler und bin 21. Herzlich willkommen beim FC Aarau. Du gehörst momentan noch in Hoffenheim. Du bist jetzt ein Jahr ausgeliehen. Wie kamst du zu diesem Wechsel? Es ging eigentlich alles relativ schnell. Aarau hat mich kontaktiert und es war für mich von Anfang an sehr interessant. Weil ich hier die Chance habe, dass ich mich auf einem Superniveau und Spielpraxis erhalte. Auf das freue ich mich riesig. Du warst die vergangenen Saison an Ried ausgeliehen. War es auch eine Option, dort noch zu bleiben? Ja, es war auch eine Option. Ich fühlte mich sehr wohl. Die Entscheidung war nicht so einfach. Aber ich wollte wieder zurück in die Schweiz, dass ich bei meiner Familie bin und mich wieder richtig wohl fühle. Und da denke ich, dass ich jetzt einen richtig guten Schritt gemacht habe. Wie ist dein erster Eindruck vom FC Aarau? Ja, ich war schon ab und zu mal da und habe das Spiel verfolgt vom FC Aarau. Weil mein bester Freund, der Roman Busstag, gespielt hat, war natürlich öfter da und ich freue mich riesig auf die Aufgabe. Was sind deine persönlichen Ziele für dieses Jahr? An erster Stelle sicher Gesundheit, die für mich das Wichtigste ist. Denn ohne Gesundheit kann ich die Leistung auf den Platz nicht bringen. Und natürlich so viel Einsatzzeit wie möglich. Und dem FC Aarau etwas zurückgeben mit guten Leistungen. Danke vielmals und viel Erfolg.